Hey, ihr kleines Ansteller, was geht? Heute gibt es mal ein kleines Horror-Let's-Play. Das bedeutet, meine liebe Managerin und ich haben In Silence gespielt. Ist ein 4-Euro-Game. F1. Maxims Maden. Stornieren. Ich kann beitreten oder die gesamte Lobby stornieren. So, das bin ich. So, und das bin ich. Und ich habe jetzt gelesen, wenn der Totenkopf rot ist, wärst du gerne ein Monster. Aber du kannst es halt nicht auswählen, weil wenn da mehrere sind, dann wird es halt zwischen denen ausgelöst. Und deswegen musst du nicht rot machen, weil ich das Monster sein möchte. Ja, wir werden sehen, wer das Monster sein möchte. Nein, Maxims, ich bin gerade gestorben. Das ist nicht schön. Ich kicke dich sonst raus aus deinem Lobby. Ich kann nicht kicken. Du weißt, du stornierst die Lobby? Möchtest du die Änderung anwenden? Ich würde sagen, sich bewerben. Also, das Game wurde 1 zu 1, legit, 1 zu 1 ins Deutsch übersetzt. Wir drücken mal Sichtbewerben. Hallo, hörst du mich? Boah. Und los. Weiß ich nicht, ob du... Du bist das Monster? Ich bin fertig. Alter, ich sehe... Ich sehe überhaupt nichts. Same. Ich sehe aber nichts. Flucht oder Jagd? Ich habe dich gehört. Ich komme jetzt zu dir. Oh, ich habe dich wieder gehört. Oh, nee. Jetzt gibt es immer Angst da, ey. Was muss ich denn tun? Ich kann hier mit nichts interagieren. Also, doch, da ist ein Auto. Das kannst du finden. Das steht irgendwo rum. Ich bin gerade auf die Queech-Anne gelaufen. Ja, ich habe dich nämlich gehört. Oh. Oh, doch, ich sehe dich, glaube ich. Du hessisches Stück Scheiße. Da renne ich immer weg, Alter. Aber wohin? Oh! Was machst du für Geräusche? So hier in der Hütte. Bist du hier in der Hütte? Äh, EEs stornieren. Okay. Oh, ich habe mich sehr noch von dem Teddy erschreckt. Marlena, bist du? Ich sehe deine Taschenlampe. Deine Lampe. Hallo. Bist du hier? Ah! Ja, komm mal her. Und jetzt? Ha! Idiot! Du bist dumm. Da. Da bist du. Oh, shit. Du kannst nicht weit springen. Warte mal. Hör mal auf zu schreien. Oh Gott, bist du hässlich. Wie kann ich dich denn töten? Du kannst mich nicht töten. Ich bin der beste Spieler. Ich sehe dich. Ach so, ich stehe direkt vor dir. Ja. Ich sehe dich ein bisschen mehr als vorher. Er läuft so langsam. Ja, du musst halt schlau sein. Du bist schlau. Das ist richtig. Ich sehe nichts. Oh, Alter. Wo denn? Alter, du bist ja nicht, dass er entgegen soll. Das sind einfach random Gegenstände. Jetzt muss ich den Piep einmal. Bist du denn jetzt? Piep, piep, piep. Komm mal her. Ich kann nicht. Guck mal, wie hässlich du bist. Wie kann ich nicht flashen? Ah! So, B war es. Oh, du hast mich einfach... Oh, du bist ja eklig. Ich erschrecke mich vor mir selber. Ja, das soll... Ich erschrecke mich vor mir selber. Jetzt raus? Ja, wir gehen mal raus und die Leute machen jetzt mit. Okay. Starten wir immer beim Auto? Ja. Ich will auch mal so einen Busch. Guck mal, ich bin ein Werfer. Oh, Mann, Alter. Diese Geräusche sind furchtbar. Oh, mein Gott, einer kriegt die Karte und das bin ich. Ja, dann sag mal, wo es lang geht. Äh, was wollt ihr denn? Wobei, diesmal ist es ja nah am Tor, ne? Wir können ja theoretisch immer an der Wand langlaufen und dann finden wir immer das Auto. Stimmt's? Na, kein Tor ist noch... Okay. Oh, nein! Ich habe nicht B gedrückt. Aber es gibt nochmal ein Feuerwerk für seinen Tod. Das wird gefeiert. Das wird gefeiert. Der Atlas ist tot. Oh, oh. Hier wurde gerade jemand in meiner Nähe gefehlt. Ja. Äh, in der Scheune. Ich habe ihn auch schreien hören. Nein, bitte, niemand. Okay. Ich muss jetzt auch mal wieder rennen. Alter, der Kopf ist ab. Wo ist der denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich traue mich gar nicht da zu machen. Oh, oh. Maxim. Oh, oh. Wohin willst du? Alter, der kann mit mir reden. Wo bist du? Komm her. Was sagt er denn? Oh. Wo bist du? Wo bin ich? Wer ich bin? Ich bin da. Ich bin da. Er hat doch mit mir geredet. Das ist eklig. Ich glaube, ich habe ihn abgeleckt. Oh, ich habe ihn abgeleckt. Ich glaube, ich habe ihn abgeleckt. Damit hat er die Fährte verloren. Marlen? Marlen, bist du noch da? Nein! Die Karte ist gestorben. Maxim? Ja? Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Er hat vorhin nicht geredet. Ja, ich fand es auch eklig. Er hat vorhin mit dir geredet und dann den Kopf abgemacht. Warte, irgendjemand redet mit mir. Hallo? Nee, die Ratten sind telepathisch miteinander verbunden. Ach so, die Ratten können immer mit allen reden. Wir können jetzt miteinander reden gerade. Ihr müsst jetzt quasi mich suchen. Ja, wo bist du denn? Sag mir mal, weil ich kann ja alles auf der Karte sehen. Dann komme ich zu dir und dann führe ich dich zum Auto. Das Auto ist, glaube ich, diese Runde kein Problem. Du musst mir nur sagen, wo du bist. Bist du bei der großen Scheune? Wenn ich das jetzt sage, dann weiß das Monster das auch, by the way. Okay, ich renne jetzt mal rum und versuche, irgendwann zu finden. Scheiße. Oh, scheiße, das Sandmännchen. Erster Atlas, dann das Sandmännchen. Aber ich finde hier keine Teile. Er rennt durch die Scheune, durch die große. Mann, diese Ratten. Mann, diese Ratten ruft echt aus. Ich bin zwei hinter ihm. Ja, ja, ja. Ja, ärgert den mal. Ich suche da bei dir ein paar Sachen. Gut. Das ist für den Scheun. Hier ist aber auch das Monster. Also, hier würde ich... Ah, er hat es gesehen. Alter, wie kann er mich so gut sehen? Ich war immer crouched. Ich war crouched. Ich bin ja gar nicht so. Ich bin ja gar nicht so. Aber in Ruhe! Wo bist du denn? Oh, danke. Ich habe jetzt was gefunden. So. Ja, jetzt... Jetzt... Ich tach jetzt erst mal das Auto voll. Wirst du einen kommen? Äh, du hast keine Ladung mehr, oder? Nee. Hallo. Bist du tot? Der ist ein guter... Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja guerra. Danke. Ja, ganz entstanden. Ja, ganz schön. Ja, das war einmal. Ja, da war das,owiehmste. Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja ganz schön. Untertitelung des ZDF, 2020